Es gab eine Zeit, in der wir, die Schwestern, die Träume des Schläfers waren. Und wenn ein Traum mit Farbe aufgeladen und an die Oberfläche geschickt wird, wird er dort wahr. Er verwandelt eine Existenz in ein Leben. Eröffne alle Herzen einer Schwester, befreie sie von ihren Fesseln. Fülle dich selbst bis zum Bersten und male die Durchbruchglüfe auf sie. Dann wird alle Farbe der Leere in ihren Körper fließen und sie wird die Stärke haben, an die Oberfläche aufzusteigen. Tu dies und alles, was starb, ist nicht vergebens gestorben. Weil der Sinn jeder Leere der einzige Sinn ist es, neues Leben zu gebären. Und aus diesem Leben entspringt alles andere.